willkommen zurück zu einer neuen folge von fallout 4 wir schauen uns immer noch ein bisschen weiter um mal gucken ob wir noch etwas schönes hier entdecken der ist leider kaputt schade schade haben wir unten noch irgendwas interessantes sieh doch meine an so und du hast noch kronkorken auf jeden fall dabei eine dunkle nuker kohle habe ich glaube ich echt in jeder ecke hängen was eingebautes lohnt sich hier also die ecken zu durchsuchen können wir da noch was rausholen ihr könnt auf jeden fall entsperren das wäre es nicht so toll aber immerhin sechs erfahrungspunkte mitgenommen kann man ja auch mal machen so dann mal wieder ab nach oben nach kaputt hier noch irgendwas nö dann schauen wir doch mal nah was hast du denn hier unten alles bewacht nicht allzu viel wie mir scheint na gut nachladen und munter nach oben da geht ein ganzes stück hoch und glaube ich muss jetzt das was wir aufzug runter gefahren sind jetzt hier wieder hoch schnell die geschütztürme hier abschalten vielen dank dafür und zumindest die muni nehmen wir uns mal noch mit hier unten nochmal gucken aber diesmal ist hier nichts interessantes gut gut hier wo kommen wir denn jetzt hier oben hin hier oben hat noch jemanden die er glaube ich mal sterben möchte hier hat mich jetzt entdeckt der geschützturm dann weg damit so dann geben wir uns die rabauken mal schnappen da oben ach und auch diesen kern das muss schon mal über die hälfte ach der hat noch nicht mal was dabei aber hat sich dann ja schon gelohnt aber hat sich dann ja schon gelohnt so ist das jemand der von mir in den Hintern getreten werden muss nein ich glaube nicht zack ich versuche da dann den kritischen zu raus zu hauen okay der hat sich dann wohl doch mal verzogen okay na wenn du meinst dann ich glaube nicht zuerst mal weghauen dafür haben wir nicht mehr genug da oben haben wir noch was dann sollte jetzt aber auch ruhe sein sehr stabil ist das hier alles ja nicht muss ich ja mal sagen du kannst weg du kannst weg die da oben haben wir ja dann schaue ich aber direkt mal da oben nach erstmal noch ein paar xp hier holen wie schön ich glaube zwar nicht dass ich irgendwann nochmal auf laserwaffen umsteige aber das kann ja nicht schaden ich habe auch tatsächlich noch gar keinen korki gefunden hier da sowohl ich hier relativ gründlich war aber ich denke das ist tatsächlich sinnvoller wenn wir das dann machen nachdem wir hier das gebiet gesäubert haben soweit und dieser verdammte hustenreiz nervt mich schon wieder unglaublich naja wie gesagt so ganz fit bin ich leider noch nicht aber zumindest deutlich auf dem weg der besserung sollte einigermaßen machbar sein so laserpsohle brauche ich nicht die nuka cola eigentlich auch nicht und sonst ist da nicht allzu viel interessantes drin besen besen sei es gewesen bringt es was hier hoch zu gehen nö kamen wir ja hier oder ne da da kamen wir hier was speichern könnten wir nochmal da will ich mich hier nochmal umschauen große freie fläche aber auch hier nichts nichts großartiges zu mitnehmen unten vielleicht noch was na dann mal ab nach oben das ist ja schon mal ganz nett auch so könnte man auch mal wieder benutzen hier so ein steam pack so ein wenig angeschlagen sind wert waren wir hier schon nie oder aber da ist fehlt ein links kern hm wir können da auch keinen einsetzen oder ne tja speichern wir mal und gucken was dahinter so ist hm 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 wir müssen noch drei star kerne finden das kommt ja auch noch hinzu Na du? Die ist wohl vom rechten Pfad abgekommen. Ach, sieh mal eine an. Ähm. Kaputt machen, bitte. Hm. Nett, nett. Dann gucken wir, was wir hier noch machen können. So, auf jeden Fall hier den Starkern mitnehmen. Was ist das? Ach, einen Angestellten-Schlüssel. Gut, es fehlen noch zwei Kerne. Ich muss sagen, das hier ist auch deutlich größer als das Museum. Na, meine Liebe. Ich kann dein Outfit noch mitnehmen. Aber wozu? Na, schön. Dann haben wir hier noch ein Medaillon mitgenommen. Und da geht's wieder raus. Will ich aber noch nicht. Ich will noch die beiden letzten Starkerne finden. Das kann ja was werden. Aber wir haben noch alle eigentlich mehr oder weniger alles abgesucht an Möglichkeiten, oder? Ach ja, oder hier war ich wohl noch nicht. Das bringt mal nix. Ja, hier war ich definitiv noch nicht. Na, komm. Geh schön auf. Nichts Interessantes leider. Können wir das da oben vielleicht mal abschalten? Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Ach, guck mal, da haben wir noch eine. Gar Fleisch und Bohnen. Können wir da mittlerweile mal was machen? Nee. So. Fehlt noch einer. Vielleicht der dahinter. So, da haben wir auf jeden Fall Kronkorken. Zack. Die brauchen wir nicht unbedingt. Hm? Die haben wohl ganz am Anfang erledigt. Na, super. Damit hätten wir alle. Schön. So. Ja. Gut, dann gehen wir das jetzt mal einsetzen. Ab nach draußen erstmal. Ja. Ja. Wir können ja mal schauen, wo wir da hinten rausgekommen wären. Hüpf. Wenn wir hier hochgehen. Ja, da kommen wir nicht durch. Verdammt. Doch etwas zu fett. Und das, obwohl wir keine allzu dicke Rüstung tragen. Na gut. Genauso in die Nuca Cola Welt. Untertitelung des ZDF, 2020 Hm? Schön hier? Bringt das denn irgendwas? Haben wir hier irgendwie einen Corki versteckt oder so? Ich glaube, sonst könnte ich mir nicht vorstellen, was das hier uns bringen sollte. Oder gut, vielleicht halt einfach ein weiterer Ausgang, wo wir raus können. Aber ne, hier ist leider kein Corki. Hm. Wie gesagt, ich denke, wir müssen dann nachher nochmal eine Runde machen, wenn wir hier die Sachen abgeschlossen haben, soweit. Ähm. Hm. Ich kann jetzt auch wieder schnell reisen, von daher. Hm. Keine Karte. Das haben wir abgeschlossen. Nuka Galaxy haben wir abgeschlossen. Dann mal zum Zentralrecht. Einfach mal hier runter porten. Und das sollte dann uns schon mal ein bisschen Zeit ersparen, hoffe ich auf jeden Fall. Ja, die Sachen mit den Corkis. Das, äh, bin ich mal gespannt, ob wir das noch irgendwie hinkriegen. Ich hoffe aber schon. So. Ach, da sind wir schon wieder. Gut. Quasi am Eingang. Dann müssen wir uns um die auch nicht mehr großartig kümmern. Hier war das doch mit dem Rechner, oder? Da ich ein Eis mitnehme oder so? Schade. Könnte dran hängen bleiben. Das ist natürlich auch toll. War ich hier eigentlich schon? Ja. Sieht man an den Leichen. Aber ich habe die Kronkorken hier nicht mitgenommen. Können wir irgendwas herstellen? Nochmal so. Hm, hm. Ein cooler. Na dann. Schön, schön, schön. Ja gut, theoretisch sollten hier, glaube ich, auch keine Gegner mehr sein, aber sicher ist sicher. So, Star Control. Sollte dir die Rätschik egal sein, wo wir das hier reinpacken. Immer noch eine Nuka-Cola mit. Wo haben wir denn noch? So, das müsste jetzt gewesen sein, oder? Mhm. Jetzt haben wir noch eingebaut. Okay, dann bauen wir doch mal. Gucken wir mal, ob wir noch was abschalten können. So, selektive Abschaltung 2. Ich glaube, ich schreibe in die geschützte Map, die ist mir echt am nervigsten. Jetzt ist es am 35, ja, da haben wir ja noch ein bisschen was zu tun hier. Aber wir können die Kerne dann auch hier nicht mehr rausnehmen, gut. Alles klar. Zahnbürste gerade mal nicht, danke. Genau, da sollen wir das abgeben. Wo können wir denn jetzt mal noch hingehen? Das wäre abgeschlossen. Warum wird da noch nicht abgeschlossen angezeigt? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hätte ich da noch irgendwas umstellen müssen. Kann das sein? Ach ja, hier. Nee. Star Control. Wenn wir gerade die Korkis hier nochmal kurz an, um zu gucken. Ach, hier sind gar keine Korkis, oder? Ja. Gut, dann müssen wir ja auch nicht nach Korkis suchen. Das ist schon mal gut zu wissen. Wir haben Level Up. Ups. Ganz übersehen. Das hatten wir ja noch mal gelevelt. Ich weiß es schon nicht mehr. Ich glaube... Ich glaube, das machen wir ja voll Ausdauer eventuell. Ich glaube, das ist ja möglich. Ich glaube, das wäre toll. Ich glaube, das ist ja ganz so eine Korkis. ja vielleicht auch noch was ja ich glaube ich oder war intelligent die legenz vielleicht gar nicht schlecht das wird dann mehr erfahrungspunkte kriegen das klingt auch interessant das wäre vielleicht auch mal eine idee obwohl wir haben eigentlich genug von dem zeug aber das haben wir schon mal angefangen zu skillen von daher vielleicht gehen wir es jetzt auch mal fertig so dann gehen wir wieder zurück auf star control und werden uns daran beim nächsten mal darum kümmern vielen dank fürs zuschauen ich hoffe ihr hattet spaß seid beim nächsten mal wieder mit dabei und bis dahin macht's gut und ciao